Einfach mal hier schön am anderen Ende der Welt, weit rausgeschmissen, ja, im tiefen Dunst und mitten in der Nacht auf dicke, fette Quappen angeln. Ja, läuft, Alten, läuft, beziehungsweise wenn wir doch auf Quappen sind, jetzt bin ich hier die ganze Zeit nur mit dem Tauwurm unterwegs, wir haben gerade, boah, schon 3 Uhr in der Nacht, paar Stunden Zeit haben wir also noch, wir nutzen doch einfach mal die Zeit, dann testen wir doch auch nochmal hier schön dicke, fette Fischfetzen. So, zack, ungefähr 30 Meter weit raus, vielleicht können wir sogar auch nochmal, vielleicht können wir sogar auch nochmal Köderfisch rausballern oder so. Leute, auf Quappe, ich war ewig nicht auf Quappe, ich war ewig nicht auf Quappe, warum nicht? Naja, gibt ja auch immer irgendwie was, was ein bisschen sexierer ist oder was oder wie oder was oder nicht. So eine Quappe ist halt, ist halt immer ein netter Beifang und naja, so eine Quappe nimmt man mal mit. Aber eigentlich ist so eine Quappe auch ziemlich geil. Quappe kämpft nicht besonders viel, hat irgendwie ein relativ niedriges Trophäengewicht. Was war das? 9 Kilo, 8 Kilo, 9, ich glaube 9 Kilo. Ich blende das gleich mal ein. Und vor allem ist es quasi ein Fisch, der auch noch gut Kohle bringt. Und wenn man dann mal vor Langeweile in der Nacht hier rumsteht und sich denkt, alter, jetzt locke ich gerade ein, wollte hier gerade schön irgendwie einen auf Spinning machen. Am Belaya. Ja, dann könnte man doch in der Nacht auch einfach mal auf Quappe gehen. Und an der Stelle, da hat der God of Drunken, der alte Lümmel, hat er gesagt, Algen, nee, jetzt bringt ihr das bestimmt in dem Video. Lass das. Der stand hier. Und ich habe mir schon oft gedacht, warum wird denn das gesamte Gewässer, guck mal, das ist eine so riesengroße Map. Und man nutzt irgendwie nur, keine Ahnung, 20% von der Map, noch nicht mal. Und ist das nicht, ist das nicht eigentlich traurig? Was ist denn hier mit diesen ganzen Stellen? Hier gibt es doch noch ganz andere Bereiche. Karpfenbereiche, Hechtbereiche, was nicht alles. Und da kommt man doch so wenig hin und da wird auch so wenig geangelt. Warum nicht mal? Ja, und wie gesagt, er stand hier und hatte hier tatsächlich ein bisschen was geangelt. Das sind ungefähr 35 bis 40 Meter so ungefähr. Das muss man schon grob einrechnen. Das heißt, mit einem viel zu kleinen Set sollte man hier auch nicht stehen. Denn ihr seht ja, die Strömung, bam, geht nach da oben hinweg, zieht hier raus. Das heißt, wenn ihr hier mit einem zu feinen Setup dran steht und euch rasselt mal ein entsprechend zu großer Fisch vielleicht rein. Gehen wir mal davon aus. Beleihers ab Level 12. Ihr steht hier vielleicht mit 4,5, 5 Kilo Setup rum. Dann ist halt so eine dicke, fette Quappe, sagen wir mal mit 7,5 Kilo, doch schon eine Challenge. Und wenn die sich halt einfach mal schwer macht und auf dem Grund liegen bleibt, dann kurbelt man da noch sehr lange dran rum. Also, im Großen und Ganzen bin ich hier, wie gesagt, übertrieben dran. Ich bin mit meinem fetten Karpfen-Set halt hier jetzt gerade komplett halt übertrieben. 30 Kilo. Ich denke, man könnte hier locker auch mit einem entspannten 15 Kilo Setup angeln. Wäre bestimmt spannender und auch ergiebiger. Ich denke, da würde noch mehr bei rumkommen. Wobei ich hier in Gänze im Moment auch schon ganz zufrieden bin. 10 Minuten, ja jetzt gerade 12 Minuten, gerade erst hier 6 Quappen rausgeballert bis hin zu 5,3 Kilo. Alles nur auf dem Tauwurm und alles eben auf Entspannende. Also auch ganz stresslos. Wie gesagt, mögliche andere Köder, wie gesagt, neben dem Tauwurm. Man kann natürlich einen großen Haken und Mistwurm vielleicht noch verwenden. Auch das ist durchaus drin. Ansonsten natürlich Fischfetzen als erstes oder, wenn ihr schon könnt, Köderfisch. Und da geht auch vergammelter Köderfisch. Heißt also, wenn ihr mal guckt unter Naturköder, da werdet auch ihr, wenn ihr nicht schon oft getan habt, ganz, 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 ganz viel vergammelte Barsche und sowas haben. Und die müssen halt irgendwann mal auch alle weg. Von daher raus damit und auf Kuhwappe halten. Ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich das. Was soll hier noch gehen? Was hat er gesagt? Auch sowas wie einen Flusskrebs. Da bin ich ja tatsächlich gierig drauf. Das heißt, ich werde jetzt gleich hier nochmal wieder ein bisschen Spinning machen. Ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit hier meine, meine Ashen Trophy, ne, Bafo Trophy war es. Ashen Trophy ist schon ein bisschen länger her. Die hatte ich mal auf Micro Braid, 2,8 Kilo Vorfach, super dünn, musste ich einfach mal testen, hat auch funktioniert. Und jetzt gerade zur Zeit die Bafo Trophy zuletzt hier nochmal gefangen. Also Belaya lüpt auch immer wieder ganz gut halt beim Spinning. Und wenn man dann eben nachts sich denkt, ach, jetzt machen wir mal kurz einen Break, dann kann man auch mal solche Späße hier machen. Wobei ich normalerweise, wenn ich komplett auf Spinning bin, auch durchziehe und gar nicht irgendwie in Richtung Grundangeln gehe. Also, wir gucken nochmal eben kurz rein hier am Belaya. Ihr seht ja schon, ich bin ganz oben im Norden. Und wir gehen nochmal eben kurz zurück in den Shop. Schauen uns direkt mal eben an, was denn so Quappen bringen. Lohnt sich denn hier auch eigentlich auf Quappe zu gehen? Guck mal hier, ja, 10 Minuten, Viertelstunde, 50 Silber, schmeckt, oder? Das schmeckt doch. Für mal eben nebenbei, kann man machen. 18 Tacken hier so ein Ding. Und das alles, wie gesagt, nur mit Tauwurm. Eine unmaßige dabei. Hey, ja, ja. Ja, das ist so eigentlich das Große und Ganze. Man kann natürlich auch hier in dem Bereich super angeln. Hier einfach mal auch rausschmeißen. Auch da mal ausmessen. Ich sag mal so um die 60 Meter sollte man das vielleicht, ja, sollten da ungefähr drin sein. 50 bis 60, denn auch da ballern gerne mal Sterlets rein. Ich habe ja insgeheim so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass mir da hinten so ein Sterletti auch noch reingeht. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht baue ich auch gleich einfach nochmal um. Und teste das am besten nochmal eine weitere Nacht. Wenn sich da was Besseres ergibt, das heißt, wenn da was anderes reingeht, schreibe ich das auch gleich hier einfach nochmal mit rein, wie denn dann das Ergebnis ist. Wie gesagt, ich werde das gleich einfach nochmal dünner machen. Ich denke, ich werde hier mit einem 19 Kilo Hauptschnur 15 Kilo Vorfach hier rangehen. Und nicht einem 1-0er-Haken, sondern einem 1er-Haken. So, der Plan. Ja, und das war es, würde ich sagen, im Großen und Ganzen auch schon für diese kleine geile Stelle. Dankeschön nochmal, wie gesagt, an den God of Drunken. Gute Idee. Einfach mal hier ans Ende sozusagen. Wie gesagt, hier geht ja die Strömung in die Richtung. Ans Ende nochmal hier reinzuballern. Vielleicht werfe ich auch mal ganz hinten aus. Mal gucken, wie weit ich komme. Petrie Lümmels testet auch mal ein bisschen rum. Einfach mal die Gewässer angucken. Wo stand ich noch nicht? Was stand noch nicht in den Rekorden? Was wurde noch nicht als klassischer Spot bezeichnet? Wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.